Hallo Leute, heute beim Ein-Minuten-Star, Chandra Schatt. Hallo Chandra! Hey, hey! Wie geht's dir denn? Super! Sag mal, dich kennt man ja aus vielen tollen Sachen. Was denn zum Beispiel im Realfilmbereich? Zum Beispiel als Miley Cyrus in Hannah Montana, als Wanda in WandaVision oder bei Doctor Strange. Dann kennt man mich als Elizabeth Keane in The Blacklist. Okay, aber du machst ja auch viel Anime und Zeicheträger. Ja, zum Beispiel bei Pokémon bin ich die Heureka oder bei Kobayashi's Dragonmates bin ich die Kobayashi. Helsing, Seras Victoria und vieles, vieles mehr. Wie lange machst du denn schon Synchron? Seit ich acht Jahre alt bin, also schon sehr lange. Also nicht so lange. Tschüss! Wir kennen uns ja auch schon ganz lange, ne? Ja. Genau. Okay, wir sind nämlich gerade in Wien hier bei der Unicorn, heißt die, glaube ich? Ja, okay, dann danke erstmal. Ja, ciao! Ich danke, ciao! Woohoo! Okay.